Moin Leute, letzte Woche habe ich euch meinen DIY E-Bike Akku aus gebrauchten Lithiumzellen vorgestellt. Und bisher bin ich super zufrieden damit und natürlich sollte man so einen Akku regelmäßig warten. Und das gilt nicht nur für solche selbstgebauten Akkus, denn nur weil man etwas gekauft hat, muss das nicht zwangsweise sicher sein. Denn Lithiumzellen, die einen defekt im Alt- oder auch durch mangelhafte Produktion irgendwelche Schäden aufweisen, können richtig gefährlich werden. Persönlich empfehle ich deswegen die vier verschiedenen Testmöglichkeiten, die ich euch heute vorstelle und zwar auch für gekaufte Akkus, also wirklich die auch dort durchzuführen. Okay, also los geht's mit Methode 1 und bevor wir starten, bald kommt ein extrem spannendes Video über einen neuen Akkutypen, der für viele Anwendungen sehr spannend sein dürfte. Also Abo nicht vergessen, um hier am Ball zu bleiben. Unter akkudoktor.net findet ihr unser Machine Learning Modell namens Lilly, mit dem ihr sehr, sehr schnell solche Akkus testen könnt. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man damit in Windeseile so einen kompletten E-Bike Akku testen kann. Gleich aber auch noch andere Methoden. Für die Messungen benötigt ihr so ein Widerstandsmesser hier, der im Milliohm Bereich messen kann. Das hier ist jetzt ein sogenannter YR1035, unten ist auch ein Link in der Beschreibung, wo ihr so ein ähnliches Gerät findet oder ein gleichwertiges. Und die gibt es ungefähr so für 50 bis 60 Euro. Und für einen DIY-Akku-Bastler, aber auch für andere Dinge, die hochgenaue Widerstandsmessungen benötigen, ist das ein extrem geiles Werkzeug. Okay, Punkt 1, der Gesamtwiderstand. Also als erstes messen wir den Gesamtwiderstand des Akkus. Also einfach direkt an den Polen. Und wir können jetzt hier sehen, dass ich 80 Milliohm an Widerstand des gesamten E-Bike Akkus messen kann. Und das schreiben wir uns jetzt einfach auf. Und tragen das dann oben ein, in diese Zeile, die ihr hier seht. Danach tragen wir ein, wie viele Zellen in Serie und parallel dort sind. Das sind in meinem Fall zum Beispiel 10 in Serie, was typisch ist für einen 36 Volt Akku und 9 parallel. Falls ihr jetzt nicht wisst, wie viel euer Akku in Serie und parallel hat, wartet noch. Wir machen das Ding gleich auf und dann zeige ich euch das nochmal ganz konkret, dann wisst ihr das. Also das ist nicht so wahnsinnig kompliziert herauszufinden. Okay, der zweite Punkt, wir müssen den BMS-Widerstand messen. Also als nächstes müssen wir halt wissen, welchen Widerstand das Batterie-Management-System hat. Und dazu messen wir einfach vom Minuspol der ganzen Batterie zur Connection an der Batterie des BMS. Das BMS wird quasi durch das Minuskabel durchgeschliffen. Und ihr könnt das hier sehen, da komme ich jetzt bei mir so auf 10,4 Milliohm in etwa. Auch das tragen wir dann brav ein und kommen dann zum nächsten Punkt. Der dritte Punkt, das sind die Konnektoren. Also wir müssen noch wissen, welche Widerstände so ein Nickel-Strip in etwa hat. Also einmal für die Verbindung in Serie und parallel. Ihr könnt das hier in dem Clip sehen, dass ich immer diese Zwischenstücke von diesen Nickel-Strips einfach messe. Also einfach so einen typischen Abstand. Das muss jetzt auch nicht total perfekt sein. In der Regel sind die auch alle sehr, sehr ähnlich. Also ob in Serie oder parallel ist jetzt hier typischerweise egal. Und in meinem Fall, seht ihr, sind das 2,2 Milliohm. Also auch das aufschreiben und eintragen. Als vierten Punkt kommt dann der Widerstand des Messgeräts selber. Ja, tatsächlich das Messgerät, das heißt die Kabel von dem Messgerät, also hier diese Kabel, die ihr hier seht, haben natürlich auch einen Widerstand. Und auch den muss ich bestimmen, damit ich hier vernünftige Werte habe. Das heißt, ich muss hier einfach die beiden Messspitzen aneinander halten und ablesen, welcher Widerstand da rauskommt. Eine andere Methode wäre, das Gerät am Anfang zu kalibrieren, beziehungsweise zu nullen. Das ist im Prinzip jetzt egal, ob ihr das, wie gesagt, ihr könnt das eine oder das andere machen. Das ist euch überlassen. Wichtig ist nur, ihr macht es am Anfang. Also wenn ihr es nullt, dann direkt am Anfang und dann alle Messungen damit durchführen. Und dann habt ihr natürlich auch, wenn ihr die beiden Kontakte aneinander hält, einen Wert von Null. Bei mir habe ich es jetzt nicht gemacht. Und ihr seht, da kommt dann ein Widerstand von 1,99 Milliohm raus. Fünftens, die nominale Kapazität der Zellen. Und als letztes tragt ihr halt genau diese dort ein. Und in meinem Fall sind es ja zwei Typen an Zellen. Das ist für einen gekauften Akku untypisch. Da würdet ihr das nicht haben. Aber bei mir sind es halt zwei Typen. Und man sieht auch, dass die ungefähr gleich oft vorhanden sind. Die Anzahl einfach 45 sind der eine, 45 der andere Typ. Und das eine sind dann Sanyo UR18650EA-Zellen mit ca. 2000 mAh. Und die anderen sind Samsung 26J mit 2600 mAh. Und der Mittelwert aus beiden ist dann 2300 mAh. Und die trage ich dann auch ein. Als Zelltyp nutze ich jetzt hier generische Zelle. Besser wäre es, den konkreten Zelltypen anzugeben, welcher eigentlich auch vorhanden wäre. Aber weil ich jetzt zwei verschiedene habe durch einen DIY-Akku, muss es halt auch so gehen. Generisch ist deutlich ungenauer, als wenn man den direkten Zelltypen kennt. Ansonsten kann man das aber machen, wenn man den Zelltypen halt nicht kennt. Das ist dann relativ praktisch. So und ihr könnt, wenn ihr wollt, diese ganzen Messungen, die ich euch gezeigt habe, auch mehrfach vornehmen. Und daraus eine entsprechende Unsicherheit, also eine Standardabweichung berechnen. Und auch diese rechts in der Spalte eintragen. Das verbessert das Ergebnis dann nochmal deutlich. Ihr könnt es aber auch einfach auf 0 lassen. Dann ist es auch kein Problem. Dann habt ihr die Einzelmessung. So als nächstes drückt ihr dann auf Berechnen. Und es kommt dann das Ergebnis. Und was sehen wir jetzt hier? Also ihr seht erstmal oben links, das ist die geschätzte Restkapazität. Und zwar auch mit Unsicherheit. Also das Plus Minus seht ihr da. Und auch wie viel Prozent der Herstellerangabe eigentlich noch vorhanden sind. Also wie viel Prozent hat der Akku quasi noch? Typischerweise sagt man so ab 80 Prozent, also unterhalb von 80 Prozent der Anfangskapazität, ist der Akku eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Was sicherlich sehr übertrieben ist. Aber so typischerweise in der Industrie oder so sind das so diese Werte, die man dann nimmt. Unten links seht ihr noch eine Güteschätzung. Also wie wahrscheinlich ist es, dass der Akku keinen Defekt hat. Also dass er in Ordnung ist. Oder dass eine Zelle einen Defekt hat in dem Fall. Also hier seht ihr 100 Prozent. Das heißt der Akku ist ziemlich sicher in Ordnung. Und es ist auch relativ wahrscheinlich, dass dort keine Zelle defekt ist. Zusätzlich seht ihr noch, wie wahrscheinlich es ist, dass 5 Prozent der Zellen defekt sind. Oder sogar 10 Prozent und ihr seht auch hier alles super 0 Prozent. Also wir sind hier relativ safe. Der Akku scheint sehr gut noch zu sein. Rechts sind die dazugehörigen Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktionen. Also die Funktionen, aus denen wir diese Werte, die ihr da gerade gesehen habt, berechnen. Das ist aber jetzt glaube ich nicht so wahnsinnig interessant für euch. Vielleicht für Leute, die sich damit auskennen. Die können sich das nochmal ein bisschen detaillierter angucken und finden das vielleicht auch spannend. Und ich weiß, einige Dinge jetzt für dieses Tool sind ein bisschen tricky, weil man den Akku öffnen muss. Es wäre natürlich mega geil, wenn wir solche Dinge in einer Datenbank hätten. Also das heißt, ich hätte jetzt zum Beispiel den Bosch Akku XY in der Datenbank und wüsste dann genau, welche Widerstände da drin überall sind. Und dann könnte ich tatsächlich einfach nur mit einer Messung an den Polen den kompletten Akku bestimmen. Also die Wertigkeit, wie gut es ihm geht. Und genau das wollten wir eigentlich auch machen. Also da mal so eine Datenbank aufbauen und so weiter. Wir waren damals so weit, dass wir auch ein Start-up gründen wollten. Wir waren dann zwei Doktoren, ein Professor und noch ein IT-Experte. Also eigentlich eine sehr, sehr gute Truppe für sowas. Es gab auch Interesse aus der Industrie und so weiter. Aber wir sind am Ende uns kein Scheiß an der Bürokratie hier gescheitert. Beziehungsweise wir hatten ja alle noch einen guten Job und hatten dann einfach keinen Bock mehr, uns das anzutun. Und haben es dann aufgegeben tatsächlich. Und falls euch die Story interessiert, schreibt gerne einen Kommentar und Abo nicht vergessen. Dann kann ich es gerne nochmal erzählen meinen Kollegen, denn das war schon irgendwie auch krass. So, das war jetzt eine relativ schnelle und vor allem grobe Abschätzung. Und ich zeige euch jetzt nochmal zusätzlich andere Methoden, mit denen man den Zustand des Akkus ebenfalls einschätzen kann, ohne jetzt größere Messungen machen zu müssen, wie zum Beispiel die Kapazität oder so. Ja, man kann schwerwiegende Probleme bereits mit dem Auge oder auch, kein Witz, mit der Nase erschnüffeln. Wir sind nicht hässlich. Wir stinken bloß. Ja, geil, wenn man sich über die einfachen Dinge im Leben freuen kann. Also ich mag es, Wonschbob. Aber okay, zurück zu dem, worüber wir eigentlich reden. Wie immer ist das alles hier auf eigene Gefahr. Also wenn ihr so ein Ding aufschraubt und so weiter und ihr macht da irgendwie Mist, dann kann ich jetzt nichts dafür. Das ist dann wirklich, ihr solltet schon wissen, was ihr da tut. So, schrauben wir den Akku einfach mal auf und schauen rein. Und dann scannen wir mal über den Akku und schauen, ob wir da irgendwelche Auffälligkeiten bei den Zellen entdecken. Zum Beispiel Schmauchspuren, Rost oder irgendwelche komischen Ablagerungen. Besonders am Pluspol der Zelle ist das sehr, sehr wichtig. Hier bei diesem Akku sehen wir absolut gar nichts. Das sieht total unauffällig aus. Aber wie sieht denn jetzt so eine Auffälligkeit aus? Könnt ihr hier zum Beispiel sehen. Das ist schon, ich denke mal, sehr auffällig. Aber man sieht, hier ist eine Menge Rost zu sehen. Und vermutlich ist da irgendwie eine Art von Flüssigkeit rangekommen und das Ganze ist dann korrodiert. Viel wichtiger ist aber der Rost oder die Ablagerungen innerhalb des Pluspols. Und das könnt ihr hier in dem Zoom nochmal ganz gut erkennen. Hier bei der Zelle seht ihr einfach Rost am Pol direkt. Also das heißt nicht auf diesem Nickelstrip, sondern im Pol. Und das ist möglicherweise dann sogar innerhalb der Zelle, also innerhalb des Pols. Warum ist das so verdammt wichtig mit dem Pluspol? Weil dieser zahlreiche Sicherheitssysteme integriert hat und diese kompromittiert sein könnten. Ganz kurz nur, damit ihr das wisst. Hier seht ihr mal so einen Querschnitt durch den Pluspol einer 18650er Zelle. Also das sind die typischen Zellen in E-Bikes. Das rot markierte ist jetzt ein hier sogenanntes CID, also ein Current Interrupt Device. Entsteht dann Druck in der Zelle durch Überladen oder sonst irgendwie was. Dann ploppt diese Membran einfach hoch und die Zelle ist dann elektrisch getrennt. Das heißt, die macht da nichts mehr. Also dann sollte da eigentlich auch Ruhe sein, wenn es nicht schon zu spät ist. Oder das andere System, hier so ein sogenanntes PTC. Das ist ein temperaturabhängiger Widerstand. Also wird die Zelle zu warm, kann weniger Strom fließen und die Zelle wird so entlastet. Auch ein ziemlich schlaues System. Und hier seht ihr jetzt das letzte Mittel, was die Zelle noch hat, wenn wirklich alle Stricke reißen und die Zelle sich denkt, ich platze jetzt. Das hier ist so eine Art Sollbruchstelle, so kann man es vielleicht sehen. Oder beziehungsweise ein Ventil, welches bei Brand oder Ausgasung dann öffnet und die Flamme beziehungsweise das heiße Gas kontrolliert dort ausbricht. Das heißt, beim Brand geht es am Pluspol raus. Und das ist tatsächlich eine ziemlich wichtige Information. Es ist sehr hilfreich, das zu wissen. So, und jetzt nicht lachen, aber auch riechen ist sehr, sehr sinnvoll, denn das Elektrolyt riecht extrem stark und das wirklich abartig. Also es ist wirklich ein ganz, ganz starker Hinweis auf offene Stellen in der Zelle. Also wenn ihr irgendwie einen starken, stechenden Geruch nach Lösungsmitteln, also fast noch schlimmer als so ein Lösungsmittel bemerkt, auf gar keinen Fall mehr nutzen, vermutlich ist dort dann eine Zelle wirklich ernsthaft beschädigt. So, bei mir ist jetzt aber auch nichts zu sehen und nichts zu riechen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal weiter und checken jetzt die Spannung und das ist dann der nächste Test. So, hier könnt ihr jetzt mal sehen, das sind jetzt diese roten 9er Packs. Also das sind jetzt die parallel geschalteten Zellen. Das heißt, die sind Plus an Plus und Minus an Minus. Und die haben jetzt immer die gleiche Spannung und das geht physikalisch einfach nicht anders. Das heißt, das muss so sein. Diese 9er Blöcke sind dann in Serie geschaltet. Das seht ihr hier auch. Und damit erhöhe ich dann die Spannung. Also so baut man so einen Akku und stellt sich dann die Spannung oder die Kapazität ein, wie sie möchte, indem ich halt diese parallel- und serielle Anordnung mache. So, und wichtig zu wissen ist jetzt, dass jedes dieser 9er Packs eine eigene Spannung haben kann und die kann divergieren. Und jedes dieser 9er Packs kann sich also unterschiedlich in der Spannung entwickeln, wenn ich es lade oder entlade. Und diese Einzelspannung messe ich jetzt durch. Und im besten Fall sind die sehr, sehr ähnlich. Das heißt, die liegen nah beieinander. Okay, krass. Eine ist auffällig, wie ihr hier seht. Und zwar seht ihr, ein Pack hat nur 3,91 Volt und die anderen liegen eigentlich alle so bei 4. Okay, das müssen wir uns jetzt genauer ansehen. Es kann nur bedeuten, dass dieses eine Pack eine größere Kapazität hat als die anderen und daher eine niedrigere Spannung aufweist, einfach weil es nicht so schnell voll wird. Also das heißt, wenn ich den gesamten Akku lade, braucht das eine Pack ein bisschen länger mit der Spannung, weil da mehr reingeht. Es kann aber auch genauso gut sein, dass es sich jetzt hier um einen Defekt handelt und die Zelle Spannung verliert. Und die sicherste Methode sind jetzt zwei Stück. Das eine ist eine Infrarot-Kamera und das andere ist Nachdenken. Ich werde meinen gesamten Verstand in Alarmbereitschaft versetzen. Fangen wir mal mit dem Gehirn an und überlegen, ob dieses Pack wirklich eine höhere Kapazität aufweist, denn das kann ich ja jetzt hier sehen. Und ich weiß jetzt schon, ja tut es, denn ihr seht bei mir, ich habe zwei verschiedene Akku-Typen verbaut. Und einmal diesen rosafarbenen von Samsung mit 2600 mAh und diese roten von Sanyo mit nur 2000 mAh. Und in diesem einen Pack sind zwei mehr von den Samsungs drin, daher kommt diese Spannungsdifferenz. Aber trotzdem nochmal einen Blick mit der AIR-Kamera drauf, denn damit sehe ich wirklich jede Menge Fehler und auch wirklich sehr ernsthafte. Und auch das auch früh, das ist das Coole. Also diesen Test müsst ihr mit einem relativ vollen Akku machen, sonst könnt ihr nichts sehen. Ihr haltet jetzt die Infrarot-Kamera auf die Pole. Aber Vorsicht, hier müsst ihr aufpassen, dass ihr keine Reflektionen erzeugt. Also ihr solltet nicht direkt vor dem Akku stehen und auch keine andere Wärmequelle, die jetzt direkt darauf scheint und dann reflektiert. Also das heißt, ihr würdet dann im Akku nur eure Reflektionen sehen und das würde euch nicht weiterhelfen. Das heißt, immer so ein bisschen Abstand halten und dann ist das eigentlich kein Problem. Okay, wir gehen jetzt mal langsam über den Akku und schauen, ob irgendwie eine Zelle warm ist, ob da irgendwas Auffälliges ist. Das sieht man dann auch relativ deutlich typischerweise. Hier seht ihr, da ist nichts los. Alle Zellen sind schön kalt oder relativ gleich temperiert. So eine sich selbst erwärmende Zelle. Also ihr seht jetzt hier irgendeine Zelle, die ein paar Grad wärmer ist als die anderen. Das ist ein ganz, ganz, ganz deutliches Zeichen, dass diese Zelle am Ende ihrer Zeit ist oder einen Defekt hat. Und die muss unbedingt entfernt werden. Die von mir verwendete AIR-Kamera habe ich auch unten verlinkt. Also könnt ihr auch da schauen, wo ich die her habe. Okay, das waren jetzt alle Tests. Ich erzähle gleich nochmal was über Kapazitätsmessung. Ihr seht jetzt aber, dass man eigentlich mit relativ einfachen Mitteln ziemlich viel Sicherheit gewinnen kann. Und ich kann eigentlich nur empfehlen, dass alle paar Monate, von mir aus alle sechs oder zwölf Monate, je nachdem wie alt der Akku vielleicht auch ist, das einfach mal zu machen. Der Aufwand ist wirklich nicht so hoch und der Sicherheitszugewinn ist wirklich enorm. Also ich kann es einfach nicht oft genug wiederholen. Ja, viele würden jetzt fragen, warum machst du denn nicht eine Kapazitätsmessung? Sehe ich es denn nicht auch dort? Ich halte das tatsächlich nur für bedingt hilfreich. Warum? Naja, die Kapazitätsmessung, erstens mal dauert die sehr lange. Also das heißt, es dauert einfach viel Zeit. Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt schlimm. Defekte treten in der Regel aber auf Zellebene auf. Ich zeige es euch nochmal hier. Wenn ein Defekt da ist, ist meistens nur eine dieser Zellen kaputt und die anderen nicht. Und das muss nicht unbedingt zu einem Kapazitätsverlust führen. Also auch defekte bzw. problematische Zellen, Rost irgendwie da dran, Ablagerung oder sonst irgendwie was. Das würde man gar nicht bemerken. Und wenn die Kapazität niedrig ist, kann das auch tausend Gründe haben. Danach müsst ihr den Akku sowieso aufschrauben, falls das der Fall ist. Und dann nach der Ursache suchen. Oder ihr schmeißt das Ding einfach weg, was auf jeden Fall sehr schade wäre. Und ich kann wirklich nur sagen, macht euch bitte nochmal klar, eine niedrige Kapazität liegt so gut wie nie an einer gleichmäßigen Alterung aller Zellen. Es ist immer nur einzelne typischerweise, die das Pack dann runterziehen. Das ganze Pack. Und weil das BMS dann irgendwann eingreift. Ich hatte ja eben gesehen, die Spannungen entwickeln sich anders. Und das kann halt daraus passieren. Was ihr auch nicht erkennen würdet, sind zum Beispiel Zellen aus irgendeinem dubiosen AliExpress-Shop oder so. Das seht ihr natürlich auch nicht. So könnt ihr auch mal, wenn ihr das Ding aufmacht, einfach mal sehen, was da drin ist und was für Zellen ihr da habt und so weiter. Was auch nicht sichtbar ist, sind defekte Kabel, schlechte Verbindungen und so weiter. Das wird alles nicht sichtbar durch einen Kapazitätstest. Nur insgesamt halte ich deswegen die Kapazitätsmessung nur für einen Indiz und sogar für ein schlechtes. Akkus allein auf diese Art und Weise zu prüfen, ist in meinen Augen jetzt rein sicherheitstechnisch nicht ausreichend. Okay, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Ich konnte euch hier vielleicht nochmal aufklären, wie man sowas macht, aber auch unser Tool einfach zeigen. Also bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.